Musik Pflege ist einfach Mehrwert für die pflegenden Angehörigen und natürlich auch für die, die professionell in der Pflege arbeiten. Das haben wir schon gehört. Pflege ist Mehrwert, nämlich für die Pflegenden und für die Gepflegten mehr Zeit, mehr Geld und mehr Anerkennung. Du hast auch nochmal deutlich gemacht, dass es nicht nur um die Krankenhäuser geht, sondern um häusliche Pflege, aber natürlich auch um die Pflegeheime, wo große private Konzerne wie OPEA, Korea Umsatzrenditen von 14 bis 15 Prozent erzielen. Das sind teilweise Margen, von denen Industriebetriebe mittlerweile träumen können. Es geht darum, dass wir einen Einstieg wollen in eine grundsätzlich höhere Bezahlung der Pflegekräfte in diesem Land. Es ist doch unmöglich, dass wir gerade den Menschen, die unsere Alten, unsere Kranken pflegen und versorgen, so wenig bezahlen. Die Kollegen wollen jetzt endlich eine Veränderung sehen und ja, wir fordern die Politik auf, sich da jetzt endlich dran zu beteiligen und in den Krankenhäusern was zu verändern. Gut, ich komme aus dem Krankenhaus, ich betone aber auch, es geht nicht nur um die Pflege, es geht um alle Berufsgruppen in den Krankenhäusern und es geht auch um Pflegeheime, Leute, die zu Hause in der Hauskrankenpflege arbeiten. Also ich erwarte jetzt hier endlich mal eine Veränderung, eine Wertschätzung. Das fängt mit Geld an, aber das ist nicht alles. Das Fenster ist auf, die Krankenhauspolitik ist auf der Tagesordnung und wir müssen gucken, dass wir jetzt die Weichen neu stellen. Vielen Dank.